Ich unterstütze Werner Faymann, weil sein politisches Selbstverständnis seiner zukunftsorientierten und verantwortungsvollen Politik für mich den sozialen Frieden in der Gesellschaft gewährleistet. Als Architektin sehe ich dies als essentielle Faktoren und Voraussetzungen, um qualitativ hochwertige Lebensräume zu schaffen, gerade im geförderten Wohnbau, damit alle Teile der Gesellschaft daran partizipieren können.